Herzlich willkommen zum Mundraub-Spezial Teil 2 zum Fall Jens Söhring. In Teil 1, da war Jens Söhring persönlich hier im Mundraub-Studio. Er behauptet, 33 Jahre unschuldig im Gefängnis in den USA gesessen zu haben. Und er hat mir hier Rede und Antwort gestanden. Jetzt geht es um den Benecken-Bericht, denn Burkhard, der Jens Söhring auch anwaltlich berät, hat ganz besondere Einblicke in den Fall und hat sich die Mühe gemacht und in den letzten Monaten intensiv zu dem Fall recherchiert und all das in seinem Bericht zusammengetragen. Und er wird jetzt persönlich diesen Bericht in Gänze vorlesen. Wie oft kommt mir als Strafverteidiger die entscheidende Frage unter schuldig oder unschuldig? Wie oft musste ich miterleben, dass Gerichte fehlerhaft urteilen? Wie oft brachten aus meiner Sicht falsche Schuldsprüche Unschuldige ins Gefängnis. Denn allzu häufig folgen die Strafgerichte hierzulande beinahe blind den Anklagen der Staatsanwälte. Bereits zu Beginn eines Prozesses wird klar, dass am Ende eine Haftstrafe auf den Delinquenten wartet. Egal, wie konstruiert die Beweiskette auch sein mag. Nun mag mancher meinen, okay, der Mann ist Anwalt, der vertritt in erster Linie die Interessen seiner Mandanten. Ganz gleich, ob sie die Taten begangen haben oder nicht. Da ist natürlich etwas dran. Jeder Mensch hat eine Meinung, eine subjektive Komponente, ein teils gefühlgesteuertes Handlungsmuster, welches die Ratio zuweilen in den Hintergrund rückt. Das gilt für Richter, Staatsanwälte genauso wie für Strafverteidiger. Dennoch könnte ich stundenlang von Fehlurteilen erzählen, die aufgrund falsch gewerteter Indizien zusammengereimt wurden. Da werden dann entlastende Momente mit teils hanebüchenden Argumenten im Urteilsspruch entweder als unerheblich, unglaubwürdig oder gar nicht erwähnt. In den schriftlichen Urteilen spielen entlastende Beweise oder Aussagen nur eine marginale Rolle. Unter Anwälten gilt meist der geflügelte Spruch, Vorsicht, dieser Richter schreibt die Urteile so, dass sie auch Revisionen etwa beim Bundesgerichtshof standhalten. Wer glaubt, dass er im Gerichtsrat immer Recht bekommt, irrt sich gewaltig. Als ich Jens Söhring kennenlernte, war sein komplexer Fall schon in aller Munde. Der Sohn eines deutschen Diplomaten in den USA hatte 33 Jahre in einem Gefängnis in den Vereinigten Staaten wegen Doppelmordes gesessen. Am 30. März 1985 soll der damals 18-jährige Student die Eltern seiner Freundin Elisabeth Hazem, damals 20, in ihrem Haus die Kehle durchgeschnitten und sie mit 48 Messerstichen erstochen haben. Anschließend setzte sich das Paar gen Großbritannien ab. Nach der Festnahme im April 1986 gestand Söhring den Doppelmord. 1990 musste er sich vor dem Bezirksgericht in Bedford County, Virginia verantworten. Gleich zu Prozessbeginn widerrief der Angeklagte sein Geständnis. Vielmehr beschuldigte er nun seine Freundin, ihre Eltern Derek und Nancy Hazem brutal umgebracht zu haben. Nach der Tat haben sie ihn angefläht, ihr aus der Patsche zu helfen, so seine Aussage. Anderenfalls drohe ihr der elektrische Stuhl. Eine Bitte, die ihn in die Rolle des Doppelmörders schlüpfen ließ. Seinerzeit glaubte der Student, dass ihn der Diplomatenstatus seines Vaters schützen werde. Laut seinen Angaben dachte er wohl, dass man ihn den deutschen Strafverfolgungsbehörden überstellen würde. In seiner Heimat, so sein Kalkül, hätte er eine lange Jugendstrafe von bis zu zehn Jahren absitzen müssen. Nichts im Vergleich zu den hohen Gefängnisstrafen in den USA. Sörings Pläne gingen allerdings nicht auf. Nach dem Schuldigvotum der Geschworenen verurteilte das Gericht den jungen Deutschen zu zweimal lebenslanger Haftstrafe. Seine drogenabhängige Freundin Elisabeth, die Söring im Zeugenstand schwer belastet hatte, wurde wegen Anstiftung zum Doppelmord zu 90 Jahren Strafhaft verurteilt. Der Fall erregte seinerzeit enormes öffentliches Aufsehen. Als einer der ersten Mordprozesse wurde die Verhandlung landesweit durch das amerikanische Fernsehen übertragen. Stets auf Neue beteuerte Söring seine Unschuld. Er sei von seiner Freundin reingelegt worden, lautete der Tenor. Auch hatten die Ermittler nie die Tatwaffe oder Fingerabdrücke gefunden. Söring vermutete, dass seine Ex-Freundin den Doppelmord zusammen mit ihrem Drogendealer begangen haben könnte. Doch die Polizei sah keinen Anlass, den Rauschgiftschieber näher unter die Lupe zu nehmen. Spätestens 2016 tauchten Zweifel an der Schuld Sörings auf. Neue DNA-Beweise legten nahe, dass der Deutsche den Mord womöglich gar nicht begangen hatte. Nirgendwo fanden sich genetische Spuren, dass er am Tatort gewesen war. Auch wenn ein Teil der Proben wegen der langen Lagerzeit nicht mehr verwertbar waren, so entlasteten die elf verwertbaren Blutproben vom Tatort Söring. Der DNA-Befund fiel eindeutig negativ aus. Drei Jahre später kam Söring auf Bewährung frei. Umgehend wurde er nach Deutschland abgeschoben. Allerdings ohne eine formelle Unschuldserklärung. Auch weigerte sich die US-Justiz, den Fall noch einmal aufzurollen. Seither lebt der heute 57-jährige Söring immer noch mit dem Makel eines Doppelmörders. In den deutschen Medien wird sein Fall bis heute kontrovers besprochen. Für die einen bestehen bei Söring Zweifel an seiner Schuld, bei den anderen nicht. So behauptet eine Podcast-Serie, dass der Deutsche eindeutig Doppelmörder sei. Journalisten wie Stefan Niggemeier, der dadurch auffällt, dass er wie ein besserwisserischer Naseweis der Journalistenzunft vermeintliche Fehler vorhält, ergehen sich in langen Ausführungen darüber, wie der Kapitalverbrecher Söring die Medien angeblich manipuliert. An dieser Stelle muss ich gestehen, dass bei mir anfangs ebenfalls die Skepsis überwog. Dann aber vergrub ich mich tief in den Fall, prüfte Akten, die zahlreichen Ermittlungsberichte, Analysen und Vernehmungsprotokolle. Mein Ergebnis fällt eindeutig aus. Im Fall Söring gibt es so viele Fragezeichen und widersprüchliche Beweise, dass man ihn eindeutig hätte freisprechen müssen. Im Zweifel für den Angeklagten oder auch in dubio pro reo lautet ein bereits aus der griechisch-römischen Antike formulierter Rechtsgrundsatz, der auch in der heutigen deutschen Strafprozessordnung, ich sage zum Glück, gilt. Die Regel bezieht sich auf die rechtliche Behandlung von nicht auflösbaren Zweifeln am Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen von Tatbestandsmerkmalen. Auch in den USA ist diese Formel in Gerichtsverfahren gängig. Man denke nur an den Mordprozess gegen den Ex-Footballstar O.J. Simpson. Im Oktober 1995 sprachen ihn die Geschworenen vom Doppelmord an seiner Ex-Frau und einem Kellner frei. Trotz einer erdrückenden Beweislage fanden sich weder Augenzeugen aus der Nachbarschaft des Opfers noch Fingerabdrücke am Tatort oder die Mordwaffe. Ähnlich sieht es in der Causa Jens Söring aus. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob da nicht einer die Unwahrheit schilderte. Und zwar einzig allein, um manchmal medial richtig abzusahnen. Dann aber stellte ich belastende und entlastende Tatsachen gegeneinander. Hiervon will ich in diesem Report erzählen. Vom Pro und Contra der Fakten. Und Sie, die Hörer und Zuschauer, sind die Jury. Sie können und sollten Ihr eigenes Urteil fällen. Und zwar zur Frage, schuldig oder nicht schuldig. Ich plädiere für Letzteres. Söring hätte angesichts der damals schon bestehenden Widersprüche freigesprochen werden müssen. In dubio pro reo. Dies gilt aus heutiger Sicht umso mehr. Ein fehlerhaftes Geständnis. Das Urteil gegen Jens Söring am 21. Juni 1990 durch das Bezirksgericht in Bedford County, Virginia, kommt zu einem eindeutigen Schluss. Schuldig wegen zweifachen Mordes ersten Grades einem Ehepaar Hazem. Dabei spielt das Geständnis meines Mandanten vier Jahre zuvor eine gravierende Rolle. Als Tatmotiv hatte er den Hass auf die Eltern seiner Freundin Elisabeth Hazem angegeben. Die Hazems, so seine damaligen Angaben, hätten die Liebesbeziehung mit dem deutschen Studenten abgelehnt. Folglich mussten sie sterben. Und genau an diesem Punkt steigen wir ein. In diesem Kapitel will ich anhand zahlreicher Indizien schildern, dass Jens Söring verblendet durch die Liebe zu seiner zwei Jahre älteren Freundin Elisabeth Hazem die Schuld für den Mord an ihren Eltern auf sich genommen hat. Der damalige Student legte ein Geständnis ab, das zahlreiche Fehler aufwies. Mindestens elf Punkte in seinen Aussagen passten nicht zu den festgestellten Tatortspuren. Doch die US-Ermittler um Ricky Gardner kümmerten die Ungereimtheiten nicht. Für die Officer stand fest, dass Söring der Mörder war. Zur Tat hatte ihn seine attraktive Freundin angestiftet. Die Anklage ging ebenfalls von dieser Version aus. Die Geschworenen folgten dieser These. Und Richter William Sweeney verhängte zweimal lebenslang. Jegliche rechtliche Verfahrensstöße sowie anderslautende Beweismittel als auch der Widerruf des Geständnisses meines Mandanten zu Prozessbeginn fielen nicht ins Gewicht. Ebenso wenig half die Erklärung der Verteidigung, dass Söring mit dem falschen Geständnis seine Freundin Elisabeth Hazem vor dem elektrischen Stuhl bewahren wollte. Kurz nach der Tat, im März 1985, sei sie zu ihm gekommen und habe ihn um ein Alibi gebeten, beteuerte der Angeklagte im Prozess. Söring will auf die Idee gekommen sein, die Polizei zu belügen und sich selbst als Täter zu outen. Auf diese Weise suchte er seine heiß geliebte Freundin vor der Hinrichtung zu schützen. Nichts wünschte sich der junge Mann mit der großen Brille mehr, als Elisabeths Held und Retter zu sein. Die hübsche Kanadierin war seine erste Beziehung. Für sie würde er alles tun. Auch ihre Drogengeschichten kümmerten ihn nicht. Elisabeth schien die Prinzessin zu sein, die sich Söring erträumt hatte. Seinerzeit glaubte der damals 18-jährige Sohn eines deutschen Vizekonsuls, dass die US-Justiz ihn aufgrund seines diplomatischen Status an sein Heimatland ausliefern werde. Dort, so sein Kalkül, drohten ihm im Höchstfall zehn Jahre Jugendgefängnis und Elisabeth dürfte weiterleben. Eine naive Vorstellung. Schuldig im Sinne der Anklage lautete letztlich der Richterspruch in den USA. Aber verhält es sich wirklich so? War es so einfach? Hatte Söring bei seiner geständigen Einlassung gelogen oder nicht? Gehen wir zurück in die Monate nach dem Doppelmord. Söring reiste im Oktober 1985 mit Elisabeth Hazem nach England. Das Paar vermutete, dass die US-Behörden ihnen auf der Spur waren. Allerdings fehlten den Ermittlern letzte Beweise. Im Vereinigten Königreich wurden die beiden jungen Leute wegen Scheckbetruges festgenommen. Nach ihrer Festnahme fiel einem der Ermittler auf, dass die Studenten wegen des Doppelmordes in Bedford County gesucht wurden. US-Mordkommissionär Gartner flog ein. Tagelang verhörte er im Beisein zweier englischer Kollegen Söring. Während einer Vernehmung am 7. Juni 1986 kam einem der Vernehmungsbeamten ein Gedanke. Frei heraus wollte er wissen, ob Söring sich zu einer Tat schuldig bekennen würde, die er gar nicht begangen habe. Ausweichend antwortete der Tatverdächtige, dass er dies nicht mit Sicherheit sagen könne, aber Zitat Ich kann es mir vorstellen. Ja, ich denke, das ist eine Möglichkeit. Ich denke, so etwas geschieht im wirklichen Leben. Zitat Ende. Der Ermittler glaubte ihm nicht. Vier Jahre später, im Mordprozess, lieferte Söring eine einfache Erklärung für seine damalige sibyllinische Aussage. Nichts fürchtete er mehr, als dass die Polizei ihm auf die Schliche kommen könnte, weil er ein falsches Geständnis ablegen wollte. In die Enge getrieben, habe er tags darauf dann die Tat endgültig eingeräumt. Damals begingen die Ermittler allerdings einen eklatanten Verfahrensfehler. Das Geständnis wurde nicht aufgezeichnet. Vielmehr fertigte Ermittler Gartner ein Gedächtnisprotokoll an. Im hiesigen Strafverfahren würde dieses Beweismittel schwerlich vor Gericht standhalten. Zumal bei näherer Analyse des Geständnisses zahlreiche faktische Fehler auftraten, die erfahrene Ermittler wie Gartner ins Grübeln hätten bringen müssen. Vier Blutgruppen am Tatort. Als Söring den Tathergang schilderte, sprach er einzig von drei Personen. Zum einen von dem ermordeten Ehepaar Hazem. Zum anderen will der Student alleine den Doppelmord begangen haben. Diese Aussage passt nicht zu den aufgefundenen Tatortspuren. Die Polizei sicherte Überreste von vier Blutgruppen. Folglich müssen sich zwei Täter im Haus der Hazems aufgehalten haben. Auch müssen sie sich während des Mordgeschehens verletzt haben. Jens Söring hatte in seinem Geständnis nur sich selbst der Tat bezichtigt. Wie passt der Widerspruch zusammen? Antwort, gar nicht. Vielmehr stimmt die Aussage mit den späteren Ausführungen des Deutschen überein, dass er die gesamte Tat frei erfunden hatte, um seine damalige Freundin zu schützen. Falsche Angaben zur Kleidung der Opfer. Um Details zum Ablauf des Doppelmordes abzusichern, erkundigten sich die Ermittler nach der Kleidung der Opfer. Söring behauptete in seiner Einlassung, dass Nancy Hazem, die Mutter seiner Freundin, Jeans getragen habe. Die Fotos vom Tatort zeigen allerdings ein anderes Bild. Von Jeans keine Spur. Vielmehr hatte die Ermordete einen geblümten Morgenmantel zur Tatzeit getragen. Einen solchen Fehler hätte der hochintelligente Student niemals gemacht, wenn er wirklich die Morde begangen hätte. Söring selbst hatte angegeben, dass er ca. 45 Minuten lang die Eltern seiner Freundin besucht hatte. Zu dritt habe man etwas Alkohol getrunken, einen abendlichen Snack im Esszimmer zu sich genommen. Danach, so sein Geständnis, will er erst den Doppelmord begangen haben. Anschließend verwischte Söring nach eigenen Angaben alle Spuren. In dieser Zeit hatte er die getötete Mutter seiner Freundin stetig im Blick. Wie kann man sich da nur so irren und von einer Jeans sprechen, anstatt den Morgenmantel zu erwähnen? Die Antwort ist aus meiner Sicht einfach. Söring war gar nicht am Tatort. Das Blut in der Dusche. Der Schuldspruch Sörings beruhte mehr auf seinem Geständnis als auf kompromittierenden Indizien. Da ist etwa die Sache mit der Dusche im Hause der Mordopfer. Kriminaltechniker verwenden üblicherweise die Chemikalie Luminol, um an Tatorten auch noch sehr schwache Blutspuren aufzuspüren, die längst nicht mehr sichtbar sind. Ein entsprechender Test in der Dusche im Badezimmer der Hasems legte nahe, dass der oder die Mörder viel Blut abgewaschen hatten. Offenbar hatte man sich intensiv gesäubert. Dieser Fakt steht im Widerspruch zum Geständnis Sörings. In seiner Aussage fand sich kein Hinweis auf den Reinigungsakt unter der Dusche. Auch stimmten die auffälligen Blutspuren im Bad der Mordopfer nicht mit der Aussage der Tochter überein. Elisabeth Hasem hatte angegeben, dass ihr Freund nach der Tat blutüberströmt ins gemeinsame Motelzimmer zurückgekehrt sei. Diese Angaben widersprachen der Spurenlage. Offenkundig hatten der oder die Täter akribisch die Blutspritzer in der Dusche abgewaschen. Insofern kann Söring gar nicht blutüberströmt vom Tatort geflüchtet sein. 2020 bestätigte der damalige Chef der Polizeibehörde, Sheriff Carl Wells, in einem US-amerikanischen Podcast genau diesen Sachverhalt. Das Rätsel um die Tatwaffe Die Polizei sicherte ein Steakmesser im Esszimmer der Hasems, das geringe Blutspuren aufwies. Im Prozess behauptete die Tochter der Mordopfer, dass es die Tatwaffe sei. Der Staatsanwalt ließ das Steakmesser als wichtiges Beweisstück auf der Bank der Geschworenen herumreichen. Den Widerspruch zur Aussage Sörings übersah der Ankläger geflissentlich. Denn dann hätte er erkennen müssen, dass es sich um ein falsches Geständnis handelte. Der Angeklagte hatte ursprünglich ausgesagt, dass er die Tatwaffe nebst anderen Utensilien in einer Mülltonne entsorgt hatte. Die gefakte Mordakte am Tisch. In der Aufklärung von Mordfällen spielen viele Details eine tragende Rolle. So auch im Fall Söring. Glaubt man seinem Geständnis, will er den Vater seiner Freundin Derek Hazem hinterrücks angegriffen haben, während dieser am Esstisch saß. Auch diese Angaben stimmen nicht mit dem Spurenbild überein. Die Tatortfotos dokumentieren nur wenig Blut auf der Tischoberfläche. Zudem standen Kerzen und Weindeser aufrecht auf dem Tisch. Das Ganze wirkte so, als sei nichts geschehen. Von einer gewaltsamen Attacke keine Spur. Denn andernfalls wäre das ganze Essensgeschirr samt Gläsern sicher, war er am derartigen gewaltsamen Angriff auf dem Boden gelandet und zu Bruch gegangen. Es sind Indizien, die Widersprüche aufweisen, mehr nicht. Dennoch deutete vieles darauf hin, dass die damalige Justiz und Polizei entlastende Momente in der Beweisführung im Fall Jens Söring nicht großartig kümmerten. Mit dem Geständnis hielt der Ankläger den entscheidenden Beweis in der Hand. Da bestand keine Notwendigkeit, all jene Ungereimtheiten aufzuklären, die sich durch die Spurenlage ergaben. Tatort Küche oder Esszimmer? Ein weiterer eklatanter Widerspruch tauchte mit Blick auf den Mord an Nancy Hazem auf. Folgt man den Angaben Sörings, so will er der Mutter seiner Freundin im Esszimmer des Elternhauses die Kehle durchgeschnitten haben. Schwerst verletzt habe sich das Opfer zur Küche geschleppt. Für die Ermittler klang dies schlüssig. Das störte es auch nicht, dass der Autopsiebericht einen völlig anderen Tathergang zutage förderte. Die Rechtsmediziner konstatierten, dass Nancy Hazem durch eine Herzstichwunde starb. Dazu passen auch die Tatortfotos aus der Küche, die eine große Blutlache unter ihrem Kopf aufweisen. Die Funde deuteten darauf hin, dass sich auch dort der Mord ereignet hatte. Das heißt im Umkehrschluss, Jens Söring kann die Frau nicht im Esszimmer umgebracht haben. Seine Aussage muss auch in diesem Punkt falsch sein. Ein zusätzlicher Umstand unterfüttert diese Annahme. Im Esszimmer sicherten die Strafverfolger nur eine kleine Blutspur vom Opfer Nancy Hazem. Hätte der Mörder ihr dort die Kehle durchtrennt, wäre der ganze Raum voller Blut gewesen. Dies war nicht der Fall. Ein weiterer Punkt, der für ein falsches Geständnis Sörings spricht. Wer nicht am Tatort gewesen ist, der muss letztlich dabei scheitern, den exakten Ablauf der Morde zu schildern. Vielmehr gibt er nur das wieder, was abgesprochen war. Und zwar mit jener Frau, die Söring zu dieser Zeit unbändig liebte und verehrte. Der Tochter der Ermordeten. Elisabeth Hazem wollte er doch vor dem elektrischen Stuhl retten. Sie sollte nicht für den Doppelmord sterben. Offenbar aber hatte Elisabeth Hazem ihren Geliebten nicht mit allen Tatmerkmalen gefüttert. Denn in Sörings Geständnis tauchten kapitale Schnitzer und Lügen auf, die der wahre Mörder nie aufgeführt hätte. Derek Hazem sprach mit durchtrennter Kehle. In den Kontext passt Sörings Bericht zum Tod des Vaters seiner Freundin Derek Hazem. Der soll ihn noch beschimpft haben, nachdem der Student ihm die Kehle durchtrennt haben will. Der Autopsiebericht widerlegt diese Aussage. Niemand, der solche Wunden erlitten hat, kann danach noch sprechen. Ein weiterer Beleg für ein fehlerhaftes Geständnis. Eine falsche Zeichnung erhärtet den Tatverdacht? Immer wieder fordern die Mordkommissionäre geständige Tatverdächtige dazu auf, das Geschehen aufzuzeichnen. Wer stand wo? Wer ging wohin? Wer saß wie? Das hilft, den Fall beweissicher zu machen. Denn nur der Täter kennt alle Einzelheiten seines Verbrechens. Deshalb drückt man ihm auch gerne einen Stift in die Hand, um weiteres Insiderwissen herauszulocken. Normalerweise ist es einer der letzten Schritte im Ermittlungsverfahren, damit sich die Schlinge komplett um den Hals des Mörders zuzieht. Jens Söring tat den Verhörsspezialisten den Gefallen. Während seiner Vernehmung malte er auf, wie die Leiche von Elisabeths Vater Derek Hazem im Esszimmer lag, mit den Beinen durch den Durchgang zum Wohnzimmer. Die Zeichnung widersprach fundamental dem Fund der Leiche. Tatsächlich entdeckten die Ermittler das Opfer auf dem Boden im Wohnzimmer. Diesen Widerspruch überging die US-Justiz. Fehlendes Blut im Mietwagen? Zur Faktenlage gehört auch ein nicht logisch nachvollziehbarer Punkt, der sich um eine Verletzung Sörings dreht. Nach dem Doppelmord, so seine Angaben, habe er die Tatwaffe samt anderen Gegenständen in einem Müllcontainer entsorgt. Söring war mit einem Mietauto unterwegs. Als er die Wagentür öffnete, sei ihm aufgefallen, dass seine Hand stark blutete. Ein Riesenschwall soll in das Fahrzeug gelaufen sein. Im Prozess sagte jedoch die Reinigungskraft der Mietwagenfirma aus, das besagtes Auto tadellos sauber gewesen sei. Wie sollte das gehen, wenn das Fahrzeug tags zuvor noch voller Blut gewesen war? Auch hier handelte es sich um eine Falschaussage Sörings, um die tatsächliche Täterin in Schutz zu nehmen, seinen damaligen Freundin Elizabeth Hazen. Jedes vierte Fehlurteil beruht auf falschen Geständnissen. Etliche Punkte offenbaren auffallende Widersprüche in der Aussage Sörings. Wie bereits erwähnt, gilt ein Geständnis in einem Mordfall für jeden Todesermittler als der entscheidende Durchbruch. So verhält es sich in den USA genauso wie in Deutschland. Das ist auch der Grund, warum sich die Strafverfolger während der Suche nach dem Täter mit Details zum Geschehen in der Öffentlichkeit zurückhalten. Nur der wahre Mörder kennt die exakten Abläufe. Nur er kann folgende Punkte aufklären. Wie er sich seiner Zielperson näherte, wie die Opfer kurz vor ihrem Tod auf ihn reagierten, welche Waffe er wie benutzte, aus welchem Winkel er etwa zustach oder den tödlichen Schuss abgab, ob die Stätte des Leichenfundes auch der Tatort war oder nicht. Sörings Geständnis hingegen wies so viele gravierende Fehler auf, die der eigentliche Mörder in dieser Fülle nie aufgestellt hätte. Warum aber hat der deutsche Student vor gut 30 Jahren eine Aussage gemacht, die ihn womöglich in die Todeskammer geführt hätte und wenn nicht auf den elektrischen Stuhl, dann lebenslang ins Gefängnis? Kriminologen, die zu dem Thema falsche Geständnisse geforscht haben, machen diverse Motive für dieses Phänomen verantwortlich. Das Fazit lautet, in jedem fünften Fall eines unschuldig Verurteilten liegen erfundene Aussagen des Beschuldigten selbst vor. In ihrem Fachbeitrag Falsche Geständnisse über die möglichen Auswirkungen von Voreinstellung, Vernehmung und Verständigung zieht Professorin Dr. Renate Volbert am Institut für forensische Psychiatrie Charité Universitätsmedizin Berlin folgende Schlüsse. Ich zitiere. Teilweise erfolgen falsche Geständnisse auf der Basis freiwilliger Entscheidungen, beispielsweise um einen anderen zu schützen. Diese Erklärung würde zur Causa Söring passen. Denn etliche Faktoren veranlassten den jungen Mann damals, seinen Kopf für einen anderen Menschen hinzuhalten, der ihm lieb und teuer war. Seine Freundin Elisabeth Hazem. Im Prozess rückte Söring von seinem Geständnis ab. Demnach sei die Geliebte die Täterin gewesen, möglicherweise zusammen mit ihrem Drogendealer. Von Elisabeth will Söring die Details zum Tathergang erfahren haben. Gemeinsam sei man jeden Moment des Geschehens durchgegangen, habe die Falschaussage wiederholt eingeübt. Wie aber in solchen Fällen üblich, fallen wichtige Fakten weg, weil der oder die Täter diese Einzelheiten nicht als wichtig erachten. Folglich musste Söring in seinem Geständnis improvisieren. Daher rührte auch seine häufig abweichende Darstellung der Tatabläufe. Söring schilderte das Mordgeschehen einzig durch Hörensagen. Die Forensikerin Vollbart macht noch ein weiteres Manko geltend. Generell, so die Expertin seinen Widersprüche, ich zitiere, vom im Geständnis enthaltenen Details zu Ermittlungsergebnissen besonders kritisch zu prüfen. In vielen Fällen von erwiesenen falschen Geständnissen wurden widersprüchliche Informationen einfach ignoriert oder mittels teilweise fernliegenden Zusatzannahmen so uminterpretiert, dass sie sich mit der Täterschaft des Geständigen in Einklang bringen ließen. Heißt im Klartext, was nicht in der Aussage des Tatverdächtigten passte, wurde passend gemacht. In dem Kontext zitiert die Berliner Forscherin ihren US-Kollegen Brandon L. Garrett. In seiner Analyse machte der Wissenschaftler anhand von 38 amerikanischen Fällen mit falschen Geständnissen deutlich, dass diese Aussagen oft deswegen so überzeugend waren, weil sie zahlreiche tatspezifische Details enthielten. In 36 von 38 Geständnissen wurden Informationen vorgebracht, die nur dem Täter bekannt sein konnten. Sogenannte kontaminierte Geständnisse. Da diese Beichten nachweislich falsch waren, kann dieses Tatwissen nur im Polizeiverhör an den Delinquenten weitergegeben worden sein. Oder aber der Beschuldigte war zuvor durch den echten Täter so gebrieft worden, dass er wesentliche Momente des Mordes schildern konnte. Vielen Ermittlern und Staatsanwälten reicht das grobe Raster denn auch, um dem Tatverdächtigen den Prozess zu machen. Eine kritische Durchsicht, ein exakter Abgleich mit der Spurenlage fällt dann schlichtweg unter den Tisch. Ein Geständnis ist ein Geständnis. Who cares? Vernehmungstechniken, mit denen der Eindruck erweckt wird, die Beweislage spreche eindeutig gegen den Beschuldigten, obwohl dies objektiv nicht der Fall ist, erhöhen die Gefahr falscher Geständnisse. Gerade in den USA dealt die Justiz, was das Zeug hält. Zwar sind auch in Deutschland inzwischen Prozessabsprachen aus verfahrensökonomischen Gründen üblich, aber einem Mörder würde hierzulande nicht Straffreiheit nebst der Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm winken, sollte er etwa in einem Mafia-Verfahren seine Bosse verpfeifen. In den Vereinigten Staaten ist dies üblich. Strafrechtlich sind einem Deal in Übersee keine Grenzen gesetzt. Indizien für die Zwei-Täter-Theorie? Die Fundorte der ermordeten Eheleute Hazem sprechen aus meiner Sicht klar gegen die Ein-Täter-Version der Staatsanwaltschaft von Bedford County. Mutter Nancy verblutete in ihrer Küche der Vater Derek im Wohnzimmer. In der Mitte lag das Esszimmer. Ein einzelner Killer hätte das Ehepaar nicht nacheinander töten können. Er brauchte jeweils Minuten, um sein tödliches Werk zu vollbringen. Während er ein Opfer ermordete, hätte der andere Hausbewohner fliehen und nach einer Abwehrwaffe greifen können. Die Küche hielt ausreichend Messer vor. Außerdem hätte das zweite Opfer von dort aus durch die Hintertür fliehen können. Im Wohnzimmer befanden sich Feuereisen und der Hauptzugang zum Haus. Beide Opfer wiesen tiefe Schnittwunden am Hals sowie überraschend oberflächliche Stichwunden am Körper auf. Nur eine Stichwunde war tiefer als zwei Zentimeter. Dieser Umstand deutet auf zwei Täter hin. Einen kräftigen und einen eher schwachen Mörder. Das Mysterium um die Socken- und Schuhabdrücke. Am Tatort sicherte die Polizei sowohl Socken- als auch Schuhabdrücke, die nachweislich nicht von den Opfern stammten. Die plausibelste Erklärung für diesen Fund wäre folgende. Demnach befanden sich zwei Täter im Haus. Einer von ihnen trug Schuhe, sein Komplize betrat in Socken den Ort des Verbrechens. In seinem Geständnis behauptete Söring, die Morde in Turnschuhen begangen zu haben. Diese will er später in einem Müllcontainer entsorgt haben. Danach sei er zum Tatort zurück, um das Außenlicht auszuschalten. Dabei habe er Sockenabdrücke hinterlassen. Diese Aussage Sörings wurde durch Luminoltests außerhalb des Hauses widerlegt. Dort konnten die Forensiker der Todesermittler blutige Schuhabdrücke im Gras finden, jedoch keine blutigen Sockenabdrücke. Begingen Elisabeth Hazem und Jens Söring gemeinsam die Morde? Eine der vielen Tätertheorien, die sich gewiss nicht vollkommen ausschließen lassen. Bei näherer Betrachtung erscheint diese Version höchst unwahrscheinlich. Deuten doch etliche Indizien eher darauf hin, dass einer der beiden zur Tatzeit in Washington D.C. walte, während der oder die andere nach Bedford fuhr, um dort den Mord mit einem bisher unbekannten Mittäter zu begehen. Ein entsprechendes Alibi lieferte die Aussage des Managers des Marriott Hotels in Washington im Prozess gegen Söring. In jenen Märztagen rund um den Doppelmord im Jahr 1985 hatten sich Elisabeth Hazem und ihr deutscher Freund in dem Hotelzimmer einquartiert. Am Tatabend bestellte einer von beiden Hotelgästen beim Zimmerservice etwas zu essen. Diese Mahlzeit könne nur zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr geordert worden sein, erklärte der Manager im Zeugenstand. Er glaube eher, es sei gegen 23 Uhr gewesen, da es sich um die letzte Bestellung des Tages gehandelt habe. Als das Gewünschte ins Zimmer gebracht wurde, hätten entweder Hazem oder Söring die Rechnung gegenzeichnen müssen. Später ließ sich der Beleg aber nicht mehr finden. Viel zu spät waren die Ermittler auf den Gedanken gekommen, sich beim Hotel nach diesem wichtigen Beleg zu erkundigen. Eine weitere unfassbare Schlamperei der Dorfpolizei Bedfords, denn die Unterschrift auf dem Empfangszettel hätten die Täterfrage ein für alle Male klären können. Trotz aller Kritik an den damaligen lückenhaften Nachforschungen durch die US-Strafverfolger bleibt doch eins festzuhalten. Entweder Elisabeth Hazem oder Jens Söring hatten den Zimmerservice empfangen, das Essen entgegengenommen und die Rechnung abgezeichnet. Und zwar just in jenem Zeitraum, der vor allem eines völlig unmöglich machte. In den wenigen Stunden hätte es kein Mensch geschafft, mit dem Auto den Weg vom Tatort hin und wieder zurückzulegen, um sich dann in aller Ruhe ein Menü zu ordern. Somit ist zu konstatieren, dass der Anrufer beim Zimmerservice an jenem Abend, an dem die beiden Morde an dem Ehepaar Hazem geschahen, über ein Alibi verfügt. Bleibt nur noch die Kardinalfrage, welcher der beiden Tatverdächtigen hatte das Essen bestellt? Dreimal dürfen Sie raten, Jens Söring. Die Kronzeugin Elisabeth Hazem. In der Beweisskala folgt auf das Geständnis die entlarvende DNA-Spur sowie der Kronzeuge der Anklage. Mit letzterem steht und fällt häufig das Schicksal des Angeklagten. Folglich ist es gerade am Strafverteidiger, den Hauptbelastungszeugen zu knacken. Ich habe schon häufig erlebt, dass diese Superzeugen im Vernehmungsraum bei der Kriminalpolizei eine durch und durch schlüssige Aussage machen, im Gerichtssaal allerdings unter Druck völlig ins Schwimmen geraten. Plötzlich sind er oder sie sich nicht mehr sicher, wie sich der Mord abgespielt hat, wer sich wo aufhielt. Allzu oft verschiebt sich die Darstellung zum Vor- und Nachtatgestehen. Diskrepanzen zum Verhörprotokoll treten auf. Je tiefer der Verteidiger bohrt, desto mehr offenbaren sich Widersprüche. Selten wiederholen Zeugen ihre Angaben haargenau so, wie sie in der Vernehmung bei den Ermittlern gefallen sind. Zudem spielt der Faktor Zeit eine gravierende Rolle. Das Erinnerungsvermögen ist trügerisch. Je länger die Geschehnisse zurückliegen, desto fehlerhafter fallen die Aussagen aus. Nach ihrer Festnahme vollzog Elisabeth Hazem einen auffälligen Rollenwechsel. Von der Freundin des Deutschen Jens Söring hin zu seiner schlimmsten Feindin. Die Tochter der ermordeten Eltern belastete ihren Ex-Lover schwer. Demnach war Söring der Doppelmörder. Daran ließ sie keinen Zweifel. Mehrfach wurde Hazem verhört. Die Angaben wechselten in eklatanter Weise. Nur der Kern blieb sich gleich. Tenor, der deutsche Student Jens Söring, hatte ihren Vater und ihre Mutter bestialisch umgebracht. Sie selbst will ihren damaligen Geliebten zur Bluttat angestiftet haben. Aus Hass auf ihre Eltern. Nur einmal wich Hazem von dieser Aussage ab. Am 8. Juni 1986 räumte die Beschuldigte gar ein, ihre Eltern selbst getötet zu haben. Ich zitiere. Ich habe es selber getan. Es hat mich geil gemacht. Gab Hazem zu Protokoll. Um dann aber schnell wieder zurückzurudern. Kurz darauf wieder rief die Tatverdächtige ihre Beichte. Lapidar deklarierte sie ihr Bekenntnis als sarkastische Bemerkung. Im Gegensatz zu Sörings Geständnis wurde Elisabeths Einlassung auf Tonband aufgezeichnet. Die Audioaufnahme existiert bis heute. Im Prozess gegen ihren Ex-Geliebten gab Hazem eine wenig glaubwürdige Figur ab. So musste die Tochter der Ermordeten im Zeugenstand einräumen, mehrfach gelogen zu haben. Stets auf neuer hatte sie den Ermittlern eine andere Geschichte zu den Ereignissen aufgetischt. Einzig in einem zentralen Punkt hielt sie an ihrer Aussage fest, Söring sei der Mörder, sie lediglich die Anstifterin. Auch sparte Hazem nicht mit dramatischen Details. Da war zum Beispiel die Sache mit dem Mietauto. Folgt man ihrer Aussage, sei Söring von Kopf bis Fuß, blutüberströmt, in einem Mietauto von den Morden in das gemeinsame Hotelzimmer zurückgekehrt. Kaltschneuzig habe er Elisabeth Hazem angewiesen, das Blut vom Innern des Autos mit Coca-Cola zu säubern, während er sich im Hotelzimmer duschte und schlafen legte. Die Reinigungskraft der Mietwagenverleihefirma sagte im Prozess aus, sie habe das Auto am nächsten Tag putzen sollen, doch es sei blitzblank sauber gewesen. Spuren von Blut oder Cola hätte es im Wagen nicht gegeben. An dieser Stelle sollten wir uns noch einmal intensiver mit Hazems Aussage befassen. Söring war voller Blut, er ging duschen, legte sich hin, um zu schlafen. Sätze, die an einen Profikiller erinnern, der zwei Menschen eiskalt die Kehlen durchtrennt, nach Hause fährt, um sich in aller Seelenruhe ins Bett zu legen. Wie cool muss man da sein, wie abgebrüht. Nun erinnern wir uns an den jungen Jens Söring. 18 Jahre jung, völlig unerfahren stand er im Leben. Mit Mord und Totschlag war er zuvor nie konfrontiert. Selbst die Drogensucht seiner Freundin sei er kritisch, allerdings tat er nichts dagegen, weil er sie abgöttisch liebte. Und so ein unerfahrener Backfisch legt sich nach einem brutalen Doppelmord ungerührt ins Bett. Wie kann das sein? Was stimmt hier nicht? Meine Erklärung? Hier stimmt gar nichts. Die kolportierte Story von Elizabeth Hazem passt überhaupt nicht zu den damaligen Gegebenheiten. Da hatte jemand gelogen, um seinen eigenen Hals zu retten. Im Prozess mit den neuen Realitäten konfrontiert, rückte denn auch Söring von seinem selbstmörderischen Schuldbekenntnis ab. Endlich sagte er, wie es aus seiner Sicht wirklich gewesen war. Söring outete seine Geliebte als tatsächliche Täterin. Wer sagte die Wahrheit? Wer hatte gelogen? Diese Fragen standen im Raum. Der Prozess wirkte wie ein Pokerspiel, in dem es einzig um das bessere Blatt ging. Dabei zog Jens Söring die schlechteren Karten. Er hatte ja zunächst die Morde gestanden. Dann wieder rief der Deutsche seine Aussage und beschuldigte nun seine Ex. Ein typisches Schema, möchte man meinen, für einen Angeklagten, dem das Wasser bis zum Hals stand. Was da nur half, um im Pokerbild zu bleiben, war ein Bluff. Während Söring seine Unschuld beteuerte, ging Elizabeth Hazem aufs Ganze. Sie zockte, suchte mit einem Lügenmärchen den Jackpot zu ergattern. All in bedeutete für Hazem, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und zwar, indem sie eine Geschichte erfand, die ihren jüngeren Ex-Liebhaber als Mörder an den Pranger stellen und sie selbst als bloße Anstifterin in den Hintergrund rücken würde. Das war Mundraub-Spezial Teil 2, der Benneken-Bericht zum Fall hier in Söring. Aber das ist noch nicht alles, denn es geht weiter mit Täterspuren, die zu Elizabeth Hazem führen in Mundraub-Spezial Teil 3 in 14 Tagen. Seid dann wieder dabei. Wir freuen uns auf euch. Mundraub-Spezial Teil 3